Das ist auch nötig. Ja, wir springen schon mal rein ins Game und gucken uns das Ganze an. Und der Lambo und ich haben schon gesagt, immer wenn, ich würde sagen, das ist zu riskant. Ich glaube, immer wenn 25 Euro insgesamt, egal von wie vielen Leuten donated wurde, ein Long Island. Sonst, wenn du 10 sagst, bist du tot. Also ich bin auf jeden Fall tot. Ich weiß nicht, wie gut du im Training bist, aber ich bin da kaputt. Und wir beide oder bloß ich trink oder abwechselnd? Beide, okay. Weil wir das ja auch bezahlen müssen. So sieht es immer aus. Und warte mal. Oh, fuck. Der Onking. 20 Euro hat er reingehauen. Lambo, da kann Naruto noch was lernen. Oh, fuck. Warte mal. Haben wir gesagt 20 oder 25? Der gute Onking. Ich weiß es nicht, aber ich würde einfach auf ihn jetzt schon den ersten Long Island holen, weil das ist mein bester Supporter hier. Ja, weiß ich. Der ist auch bei mir einer der Besten. Der hat auch für die Katzen oder so schon mal 100 rausgehauen. Richtig sick, ja. Boah, warte mal. Boah, was ist hier los? Ich sehe gerade der Czechos. Neue oder nicht? Das kann man leider nicht sehen. Und der Broski. Ist das dein Ernst? Der Broski, 100 Euro. Viel Spaß beim Trinken. Bis morgen. Ach so, ein dummer. Kommst du morgen vorbei, Broski, oder wie sieht es aus? Dann der Eidermo. 5 Euro. Lambo-Hype. Dann Shandu-San auch 5 Euro. Ihr hattet so wahnsinnig, wie ihr seid. 25 Euro gesagt, was sehr lächerlich ist. Warte mal. Wurde die letzte Zeit ja kaum gespendet. Das heißt, die Leute haben wieder Kohle. Na, dann organisiere ich schon mal Ersatzcaster, die ab 20 Uhr einsprengen können. Fuck. Blue Light 5 Euro. Wenn man schon für Altua den Sub bezahlt, einfach mal extra Sub haben. Auch wenn man schon Sub ist und Naruto. Ich bin Toss. Und Mr. Redder, 1 Euro. Lass den Tray mal wieder rollen. Choo-Choo und Jinderia. Das sollte auf jeden Fall eine Resubscription sein, meine ich, oder? Bist du tatsächlich ganz neu? Ich bin mir nicht 100% sicher. Warte mal, damit wäre schon mal einer. 5. Ja. Ja. 5,5. 5. Ist das unser Ernst? Ja, 5,25 sowas. Fuck. Und ich kann noch mal erwähnen, äh, warte mal, der, äh, da gäbs, da gabs, neuer Subscriber geworden. Onking nochmal 25 Euro, Naruto, Bestcaster, ey. Und, äh, da Elchemaster, Junge, auch neuer Subscriber. Ja, ganz bitter für meine Leber. Und Lambos Leber. Alles vorbei. Ach ja. So, wir haben uns übrigens den ersten, das erste Wasser geholt. Gemacht vom Andi aka Morgul. Freunde, der Lambo ist, glaube ich, ein bisschen besser im Training als ich, aber selbst der sagte, das ungefähr. Also der, der ist eigentlich 100 wert. Ja, nicht, ja. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Und ich muss heute noch, also ich muss heute noch leddern. Du wirst bewusst, dass es schon neun Stück sind, gell? Oh, boah, schmeckt der. Also, boah, Elzen schmeckt das Wasser. Wir machen uns gleich den eigenen. Ja, definitiv, ey. Junge, Junge. Er meinte am Ende, oh, das ist schon ziemlich viel Alkohol, die Gläser sind zu klein. Und das ist 0,3. Ja. Der Olli, ne? Warum ist er eigentlich immer so gehässig? Freunde? Wer 50 Euro auf einmal donatet, dann muss der Olli auch eintrinken. Und zwar auf X. Ja. Ey, das ist doch, das ist doch eine gute Idee, oder? Auf X. Ja, finde ich auch bei Olli. Wie viel auf X? Ja, ein Long Island. Ich frage mal, wie viel Euro, Euronen für auf X. Olli? Ja. Ja, genau. Gesamt, ja, also zusammen. Der Olli sagt, für ein Hunderter zieht er ein Long Island auf X. Ich hab gesagt, achtstellig, du Pfosten. Einen Long Island auf X. Für ein Hunderter. Für ein Hunderter. In meine Tasche. Nee. On Tech TV, Olli. Ja, das ist für ein Erstererluft, das können wir irgendwann nachholen, aber auf Mainstream. Der muss ja ziemlich schlimm sein, was ich hier von den ganzen Tech TV-Mitarbeitern höre. Das ist Satans Anus. Der ist nicht schlimm. Olli meint, der ist nicht schlimm. Satans Anus. Olli meint, der ist nicht schlimm. Das war das doch eine verdammte Pussy. Was ist das ekligste, was du dir vorstellen kannst? Olli, ich glaub, du musst zwei Long Island, Ice-Tees, Exen. Nee, einen, der hat ja 200 gesagt, weil er Pussy war. Olli, ich würd sagen, Ex, ne? Der Brust, der Brust, die Junge. Kribe im Chat. Bad, Junge. Das heißt, ihr müsst auch drei mehr trinken, ne? Das ist euch bewusst, die ich so. Ja, das bekomme ich hin, aber Olli, kommst du erst mal her, ja? Ich kotzt gleich, dann geht's mir wieder gut. Ich kotzt halt die ganze Nacht durch, dann bin ich morgen wieder da. Ich bin doch selber schuld. Für 200 Exs auch er einen. Der Fallon. Der Penguin ist mega nice. Der fragt mich jedes Mal, seid ihr alle ready? Und ich hab gesagt, ja, hier muss noch eine Exen. Dann hat er gesagt, okay, go, go. Hier muss noch einer Exen. Okay, Olli, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen ins Game, also Exs du das teilen. Welcher denn? Gehst du wieder? Der da? Ja. Rapunzel-Hype! Sorry. Sorry, sorry. Silvano hat gar nicht realisiert, dadurch, dass schon 40 da waren, noch 240 da waren, dass du noch drei musst. Sei ruhig. Auf geht's, Olli! Olli, jetzt sagen wir mal keinen Scheiß mehr. Hör auf zu schnacken, Junge, und Ex. Was denn? Ex oder Take-TV-Kick. Ich weiß, das ist eine Befreiung für dich, aber... Wenn ich gehe, dann hast du so große Probleme. Für immer umsonst Take-TV. Olli, Smiley! Für immer umsonst? Oh, Olli, Smiley. Ja, musst du dann machen. Das ist ja quasi weiter, so wie jetzt. Oh, Olli, Smiley. Ja, ab geht's! Ex, 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 Olli, go! Oh, Mann, das tut weh. Oh, das tut weh. Oh, aber das schafft. Oh, aber das schafft. Der zittert schon. Der Olli zieht. Er zieht, Junge. Er zieht. Oh, er hat's aus, gell. Junge, er zieht. Nein! Nein! Das ist ja los! Da müssen wir wohl die nächsten holen, ma? Ja, scheiß Eis. Das scheiß Graus sagt heißt. Oh, komm, Olli. Olli, Smilies. Olli, Smilies. Okay, lass mal Geld, lass mal Geld, er hat's trotzdem weggezogen. Junge, Junge, Junge. Das geht direkt in die Rübe rein, oder? Nee. Ja, jetzt. Für 100, Ex, der Chef für Long Island. Hä? Für 100, Ex, der Chef für Long Island. Für, ah, okay, also für 100, 100 Euro Donation, Ex, der Chef, ein Long Island, also der Dennis selbst, Ex, dann ein Long Island. Und, äh, ja. 100 Euro. Chef. 100 Euro, der Rett von, vom Letzter. Trink, trink, trink. Ey, Chef, Long Island, bitte Exen. Liebe Grüße vom Twitch-Chat. Richtig nice, hier. Ich hab, hat man wirklich gestern einen Goodie, äh, in der Leder hatte. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? So was Schlechtes hab ich noch nie gehört. Oh, Mann, ey. Weißt du, was das Schlimmste ist? Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Der hat mir das vorhin schon erzählt. Das kommt doch mit dazu. Also, das kann ja gar nichts mehr. Das passiert nach drei Long Island-Eist hier bei Naruto. Ich bin dafür, dass, wir sind im Fullscreen. Der Dennis ist sein Wasser kaputt. Wir trinken ja nur Wasser hier. Braunes, grünes, gelbes. Wasser? Ja. Das hier? Ja. Das ist braune, braune Cola. Ja, schön, dass ich mal hier auf der Couch sein kann. Ja, auch zu labern. Ex, 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 ex. Wunderbar. Na, Roto mach gleich mit. Ex, 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 ex. Oh, absolute Maschine, dieser Mann. Ernst. Ja. Wir wollen ja nicht dafür schuld sein, dass du nicht mehr im Training bist. Für Malle. Kein Problem. Woran geht's? Nee, Ägypten. Aber da wird auch gesoffen. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Du auch? Du machst ja auf den Weg. Ich bin auch weg. Warum bist du weg? Was hast du denn da gemacht? Ja. Guck mal, aber da ist ein Pumperboy. Wenigst High Five drauf. Der ist ein richtiger. Guck dir mal die Adern an, Junge. Alter, du hast auch richtig Bizeps. Wie bitte? Das ist echt nichts. Jan, also, du trainierst auf jeden Fall. Sei ehrlich. Nee. Warte mal. Ist das dein Ernst? Alter, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Alter, können wir das jetzt hier live abreißen? Und verbrennen? Ah, das geht nicht. Das tut nur weh. Alter, das tut richtig. Aber du trainierst, kannst du mal flexen. Das muss abgemacht werden. Alter, Vater. Du hast mehr Unterarm als Oberarm. Das sieht so aus. Nee, das ist echt. Das kommt von der Arbeit. Echt? Was machst du denn? Wuuuuhu. Wuuuuhu. Junge, Junge, Junge. Beidarmiges Training. Hat echt.